Ein neues gigantisches Bahnhofsprojekt, ein neuer Musikcampus oder der Ausbau der B51 zwischen Handorf und Telgte, Projekte, die die Bevölkerung Münsters betreffen. Politische Entscheidungen des Stadtrates wirken sich direkt auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger aus. Umso dringlicher scheint es, die Zivilbevölkerung und ihre Initiativen in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Nach Meinung von Jorros Zakhalidis, diesjähriger Oberbürgermeisterkandidat der Münsterischen Liste Bund und International, ist gerade das von äußerster Wichtigkeit und wird ohne ein Öffnen der starren Parteistrukturen nicht funktionieren. Die Parteien werden wir brauchen, aber damit die Parteien selber eine Chance haben, die nächsten Jahrzehnte auch wirklich zu überleben an Demokratie, müssen sie sich öffnen. Das ist das, was ich damit meine. Und die Gesellschaft muss merken, dass sie dort was machen können, ohne diese Hierarchie von oben nach unten. Die gängige Praxis des gegenseitigen Austausches bedarf nach Jorros Zakhalidis eine Intensivierung und das Gelingen wird buchstäblich davon abhängen. Dabei darf es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern es muss der politische Wille bestehen, eine dauerhafte politische Kultur des Diskurses zu etablieren. Und dann würde ich sagen und auch praktizieren, habt ihr ein Thema für die Tagesordnung, was euch irgendwie auf den Nägeln brennt. Mensch, ich bin für euch da, wir sind für euch da, also nehmen wir das auf die Tagesordnung des Rates der Stadt Münster, diskutieren darüber und versuchen auch in eurem Sinne eine Lösung zu finden. Der Ist-Zustand der Ratsentscheidungen kann für die Bürgerinitiativen nur unzureichend sein, so Jorros Zakhalidis. Denn das Beschlussprozedere des Rates bezüglich eines Tagesordnungspunktes scheint zumindest nicht auf eine ausführliche Konsensfindung ausgelegt zu sein. Ein Bürger, eine Bürgerin kann eine Frage stellen. Die Politik, die Ratspolitik ist da, wickelt das ab und die Sache ist gegessen. Das reicht bei weitem nicht. Auch der diesjährige Oberbürgermeisterkandidat Jörg Behrens von der FDP plädiert für mehr Beteiligungsmöglichkeiten, sieht die endgültige Entscheidungsbefugnis jedoch weiterhin bei den Parteien. Ich bin grundsätzlich offen für jede Form von neuer Bürgerbeteiligung, weil gerade im kommunalen Bereich ist Bürgerbeteiligung sehr, sehr wichtig, weil vor Ort werden Entscheidungen getroffen, die treffen einen direkt vor der eigenen Haustür. Und da ist dann sozusagen auch gleich eine gewisse Form von Emotionalität dabei, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die man vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehen kann. Deswegen im Vorfeld Bürger zur Beteiligung halte ich für sehr, sehr wichtig. Und deswegen bin ich sehr offen für jede Form von neuwertigen Beteiligungsformen. Auch übrigens für unsere Stadt, wenn ich an die Roteinfärbung der Fahrradstraßen denke, beispielsweise, wo das mit der Bürgerbeteiligung nach meinem Dafürhalten gar nicht geklappt hat, ist das das Paradebeispiel dafür, dass wir da eben etwas neue Wege gehen müssen, was Neues brauchen. Und deswegen ist mir schon auch wichtig, dass bei aller Bürgerbeteiligung am Ende des Tages immer der Rat der Stadt die Entscheidung trifft, weil das ist das einzige Gremium, was ausreichend demokratisch legitimiert ist, was aber wie gesagt nicht heißt, dass man im Vorfeld vielfältige Arten von Bürgerbeteiligung auch macht. Professor Schubert von der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität hält ein engeres Zusammenspiel von Bürgerbeteiligung und Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene für wichtig, sieht aber auch deren Grenzen. Dass das in der Verwaltung und im Rat selbst bestimmte Routinen sind, wie man eben mit den Anliegenheiten der Stadt sozusagen vorgeht. Und da ist es natürlich oftmals so, dass wenn da zusätzlich Dinge von außen kommen, dass das eher ein Problem dargestellt wird. Wir müssten zu einer, gerade in Münster sozusagen, wo wir ja eine sehr aktive Stadtkultur sozusagen haben, müssen wir schon dazu kommen, dass eben der Rat und die Verwaltung proaktiv auch auf die Bevölkerung sozusagen zugeht. Das wäre schon wichtig. Nur müssen Sie sich vorstellen, dass natürlich so eine Stadt wie Münster auch ungeheuer viele Dinge sozusagen abarbeiten muss, Entscheidungen treffen muss und dass natürlich sozusagen einzelne Stimmen, die von außen kommen, so einen Ablauf auch immer verzögern. Also es ist da gewissermaßen so eine Balance zu finden zwischen berechtigter und richtiger Teilhabe und Information erst mal. Bei der Diskussion über ein größeres Mitspracherecht der Bevölkerung stellt sich die Frage, wo genau sich die Bürger mehr Beteiligung wünschen würden. Auf jeden Fall mehr Viertel mit Sprachrecht. Also jetzt bei den Wahlen letzte Woche ist klar geworden, dass wenn man seine Bezirks- und Stadtratsleute wählt hier, dass man einmal kurz wählen geht und dann hat sich die Sache, aber das ist eben einfach mehr Viertel-Mitbestimmung, zum Beispiel durch das Hansa-Forum oder sonst was, dass man da einfach mehr erreichen kann. Aber ich hätte mir auch sehr viel mehr Bürgerbeteiligung gerne für so Großprojekte wie Hafencenter und den Bau am Hafen und so weiter gewünscht. Und zwar, wenn es um die Begrünung der öffentlichen Flächen geht, da würde ich gerne mitsprechen. Und auch wenn es darum geht, zum Beispiel Geld für Schulen auszugeben oder so, das habe ich auch die Bürgerbeteiligung schon genutzt, um für das eine oder andere Projekt zu stimmen. Die Wahrnehmung innerhalb bestehender Bürgerinitiativen bestätigt ein Auseinanderdriften zwischen Wunsch und Praxis, wie uns ein Mitglied der Initiative Platan Power mitgeteilt hat. Ja, wir haben sie deshalb kritisiert, weil wir sehen sie im Augenblick von der Verwaltung und der Stadt und der Politik eigentlich nur als ein Ding, was sie machen müssen. Da sind sie ja zu verpflichtet. Aber nachdem eine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat, also eine sogenannte Bürgerbeteiligung, letztendlich kommt keine Folge heraus. Das wird nicht umgesetzt. Es werden Leute eingeladen, die werden gehört, aber im Nachhinein macht doch so oder so die Verwaltung, was sie möchte. Bürgerbeteiligung heißt für uns, dass wenn Vorschläge kommen und die Mehrheit dafür ist, dass sie auch umgesetzt werden. Und das sehen wir im Augenblick nicht. Trotz einer breiten Befürwortung von Seiten der Politik, die Bürgerinnen und Bürger enger in einen Dialog einzubinden, scheint in der tatsächlichen Umsetzung teilweise eine Kluft zu bestehen. Wie könnte die Politik adäquat darauf reagieren und die vielfältigen Interessen zum gleichen Thema in einem dauerhaften Dialog mit der politischen Zuständigkeit gewährleisten? Um eine Antwort darauf zu erhalten, wie eine solche Einbindung unter Berücksichtigung der verschiedenen Positionen in Zukunft aussehen kann, muss nicht nur die Bereitschaft für einen engen Dialog von allen Seiten gegeben sein, sondern auch der politische Wille der gewählten Vertreter, dieses Thema auf deren Agenda zu setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017